Musik Juche, und das nehmen wir hinein, bitte. Schauen wir mal, was da ist. Ziel des Workshops ist Musikliebhabern, Musikenthusiasten die Möglichkeit zu bieten, Orchestererfahrung und Chorerfahrung zu sammeln und an drei Wochenenden ein großes Werk der klassischen Literatur zu erarbeiten und zum Abschluss dann ein Konzert aufzuführen. Musik Ja, 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 da ist es. Musik Ja, 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 super, super. Das hat so eine Kraft. Spielt ihr das auch? Es ist ein wirklich großartiges Event, das der Volker Galasch aufgezogen hat und man merkt es bei jedem Mitglied im Orchester und im Chor, wie es schafft uns zu begeistern und für die Musik einfach mitzureißen. Ja, also der Workshop hat mir viel Spaß gemacht, es war toll wieder gemeinsam im Orchester spielen zu können und auch mit dem Chor gemeinsam und es war auch immer, die Proben waren ganz toll, weil diese Energie und Begeisterung, die der Volker da mit sich gebracht hat, die hat sich aufs Orchester und auch auf den Chor total übertragen. Es macht sehr viel Spaß miteinander im Orchester zu spielen und es ist eine Herausforderung immer die ganzen Einsätze zu treffen. Ja, nach zweijährigem Corona-bedingten Schweigen im Chor, bin ich froh, dass er mich zu diesem Workshop angemeldet hat und er hat alle meine Erwartungen erfüllt. Danke. Bedarf anstellen, dann lassen wir es durchtraschen. Sitze locker. Ja. Das war ein Schluss. Unglaublich. Schön. Wahnsinn, das kann schon was.